Ja, aber das hab ich jetzt auch. Das bringt zu viel. Der Unehre-Boss ist bei mir. Gehst du nach der Runde oder nach der Map auf? Nach der Map. Achso. Map. Oika ist dein Hitze-Aufnahme-Knopf. Hab ich schon. Nein! Nein! Hallo! Ich möchte nicht, dass meine Stimme aufgenommen wird. Vor allem nicht, wenn ich zusammen mit Hoffi spiele. Dann bin ich wieder der Mann. Boah, als Detective bin ich so lost. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin im Tour, Mann. Hoffi verfolgt mich, weil er genau weiß, dass er es ich mag. Und mich locker wieder umbringt. Also ich beobachte euch durchs Fenster. Was für ein Fenster? Nur das hier ist weg. Ähm... Ich hab David umgebracht. Das ist ne Lüge. Ich bin bei Hoffi. Ich vertraue hier gar nichts. Ich vertraue Hoffi nicht. Ich würde Hoffi so gerne umgehen. Ich will nur nach sicher gehen, dass du keinen illegalen Aktivitäten nachgehst. Mann Hoffi, 10 Minuten und du triggerst mich wieder richtig. Ich würde mich gerne in Eukenzen verhalten. Da fühle ich mich wenigstens sicher. Jaaa, bei mir ist es... David, bist du eigentlich schon tot? Vor allem wenn du auf mich guckst. Lebt jeder noch. Lieber weg von mir gucken, Leon, ne? Jaja, aber ich muss dich ja trotzdem irgendwie sehen, damit ich weiß, wo du hin sollst. Damit du weißt, wann du abdrücken musst. Ja, safe, dicker. Safe, wenn hier 5 Leute rumlaufen. Ah, ich komm hier nicht hoch. Hilfe! Irgendwie schießt! Oh ja. Und Leon! Ist noch, ist noch, ist noch! Ist noch, ist noch, ist noch! Oh! Julian, das ist jetzt, ich bin Proof. Es ist Hoffi noch! Ja, du hast mich das letzte Mal getroffen! Aha! Bei mir hast du Blut... Das verstehe ich nicht. Digga, guck mal, das Fadenkreuz ist immer auf dir! Da helfen noch 144 Herzlichen Glück. Sorry David, dass ich dich angeschossen. Junge, ich war mir jetzt so sicher, dass du es bist. Ach so. Ich hab nur aufgehört zu schießen, weil ich nachladen musste, dann bin ich weggelassen. Und dann hab ich Leon getötet. Ja. Hä, also du mich getötet! Eigentlich hättest du bei mir auch verrecken sollen. Oh Mann! Ich war komplett verwirrt. Und ihr wart halt beide in Russland. Ja, ja. Ich bin nicht drauf klargekommen. Junge, ich... Ich dachte aber direkt wieder am Anfang, dass du es bist, Hoffi ist. Oh Mann! Ich hab nichts gemacht ohne Witz! Ich call noch das zum Wunsitz, weil ich das König gesehen habe. Wolltest du mich umbringen? Ich möchte... Nein, wollte ich nicht. Ich wollte dich einfach nur abfucken. Ja, nee, das dachte ich mir, aber... Junge, ich muss kurz lüften, bitte nicht AFK killen, danke. Okay, läußer. Wo ist er? Wo ist Leon? Wo ist er? Oh, ich bin Detektiv. Oh Mann, direkt... Oh, der Top... Was warst du nicht mal? Äh... Was, Leon? Hi... Darf du Arse weg? Oh, ne Diegel. Ich hab... Consistenten... 500... Hallo, hallo! Blubluuu! Hi! Sky! Kannst du mich nicht umbringen? Ah, danke. Wieso brauche ich denn so lange, um zu sehen, dass da eine Leiche ist? Ey! Stopp! Nice guys! Oh Mann! Du musst immer nachladen, in den undimmsten Momenten, genau. Oh, er war jetzt Traitor! Ich sehe da die Leiche. Unidentified Buddy. Hm, Leon war doch... Weißt du, ich bin das erste Mal in meinem Leben Detective. Erkunde so ganz kurz den Shop, wer direkt getötet. Danke. Danke für die Waffe. Jetzt ist es passiert, wenn Hoffi und David Traitor sind. Ja, Digga, das ist behindert. Ich hab nichts gemacht, also David hat alles gemacht. Ja, David, du bist ein Keck. Jo. Mir ist halt immer so, wenn ich weiß, dass ich... Na, welcher Sparkort nicht so gemacht. Ja, ich? Ich war Traitor, jetzt chill deine Eichel, Alter. Eichel, chill. Ich wär fünf Millisekunden weg gewesen. Ja, ich hab's auch nur gemacht, weil ich Traitor geworden bin. Shoot, Goon. David macht Speedrun runden. Ich fang halt immer einfach direkt an zu ballern, wenn ich kann. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, was abgeht. Dreh mich so um, such meine Diegel. Alter, ich bin wieder Detektiv. Alter. Ich bin gleich wieder dead. Nee, ich bin kein Schilder. Da wird ein bisschen Spaß. Alter. Stopp. Das ist der Julien. Hier sind ja keine Waffen. Ich gehe jeden... Ah! Oh Gott. Nein. Also bei mir ist Hoffi, jetzt nicht mehr das Rottergegel. Ja, ich suche eine Diegel. Ach, ich mag's nicht gern, mein Rücken zu Leuten zu sehen. Ich hab's ja auch nicht. Nein, ich hab's ja gut geguckt, ob's da gut läuft. Hallo, 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 hallo. Du bist ein bisschen gespeichert, oder? Oh fuck, goodbye, oh fuck, goodbye. Ich schaff's nicht. Okay, jetzt schaff ich. Was ist eigentlich mein Job als Detektiv? Hä, überleben? Du kannst du die Traitor identifizieren mit DNA Samples. Wow. Und du kannst mit speziellen Detektiv-Items auch so den Tatort nachstellen und sowas. Ja. Okay. Es kommen noch mehrere Sachen. Ich mach vielleicht noch die One-Shot-Waffe rein. Dass die Silent-RWMP ein bisschen outgunned ist. Oh, ich hast chillt bei mir. Dann mach ich die One-Shot-Waffe einfach kostenlos für alle Industrie. Ich find's cool, wenn man mit Sneaken das Radar vom Traitor umgeben kann. Jo, wahrscheinlich, das wär immer richtig scheiße. Das wär saulustig. Eukas ist es. David ist es, der Detektiv ist verkleidet. Gute Aussage. Alter, ich bin zu dumm. Wer ist denn noch? Ich musste den Newton-Launcher versuchen. Ich war so verlocken. Hoffi, oder? Fuck, wo bist du? David, oder wer? Es ist Hoffi, es ist Hoffi. Der hat Julien gerade vor dir einen Augenblick die ganze Zeit geschossen. Oh fuck, ich hab mit der Silent-RWMP. Sorry, Hoffi. Ich musste jetzt den Newton-Launcher probieren. Es geht so schwer, mit dem zu treffen. David, du Sack. Komm her. Ich war halt Null-Ready. Eukas. Ding. Ja. Jetzt können wir dir ausreden, weil er nicht gewinnt. Hm. Ne, ne, alles gut. Was? Wollen wir uns, ob ihr das noch questionen müsst? Hoffi hat da einfach zwei Leute umgebracht und ihr so... Wir sind euch gar nicht gesehen. Junge. Ich hab nur ein... Hä, hab ich zwei umgebracht? Ja, lagen aber zwei Leicht. Ja, ne, stimmt. Ding hat ja... Ich hab nur Ditze umgebracht. Ja, ja, ne, der andere. Dann hast du hier so... Ja, weil ich's gesehen hab! Ja, alles gut. Soll ich mich machen? Licht, oder was? Ja, David. Ich hab leider mit der Silent-AVP verzogen. Mann, warum brennst du da drin schon wieder? Wo soll ich denn meine Waffen herkriegen? Nirgends. Bei mir ist David. Nirgends. Ah, ich bin tot. Hocktoth. Nirgends. Nirgends. Ich bin dafür, dass der Detective mehr Items kriegt. Ah, mal wieder keine Shotgun. Nur ne hässliche Sniper. Äh, da ist noch ne Shotgun. Ah, da ist ne Shotgun. Didn't you hurt the Shotgun shot? No. Didn't hear anything. Okay, I don't like this at all. Aber ich hab auch noch... Ah doch, da. Ne, und das ist direkt in meinem Gesicht. Mhm. Ist mein Detective-Turm. Leben alle noch? Hallo. Also, ich lebe, ja. Das hier ist die Detective-Ebene. Hier darf mir der Detective drauf. Oh, tschüss, mach mal ein Piep. Piep. Pfff. Aber die ist so... Ooooooh. Peace. Peace. Actually wholesome content. Leut. Oh Gott. Perfekt. Digga, jetzt geh ich hier hoch. Hallo, David. Hallo. Ah! Hoffi ist bei mir. And I don't like this shit. Lass mich auf den Tod. Ich könnte euch grad... Eukas grad Ease killen. Ja. Dann mach. Du wurdest gekillt. Ähm, David wird genau in dem Moment gekillt. Ich hab's gehört, was meine Freundin das gesagt hat. Jaaaa... Jaaaa... Ich weiß nicht was... Also, pscht. Hm, ich trau mich jetzt eher weniger. Ah! Leon ist bei mir! Leon ist bei mir! Ich hab das hier noch nie gesehen. Wo kommt man hier raus? Ach, das ist der Todesraum, oder? Nein, das ist einfach nur der Map-Absteller-Raum. Ja, aber da wird man noch... Ach, der Leuchtturm nervt so. Ich seh gar nichts. Julian, Julian. Was tust du mal? Ich komm nicht mehr hier raus. Was? Was machst du hier? Ja, wo du herkommst. Mach doch einfach F! Ja, rumlaufen. Okay. Ach, ich vergesse jedes Mal, dass es F gibt. Junge. Ist immer noch wer im Leuchtturm? Ja. Ich geh wieder. Hallo! Was? Jemand ist im Leuchtturm? Ja, der ist wahrscheinlich Traitor, ne? Hä? Ja, weil David ja hier wegsnipe wurde, oder? Ich hab keinen Sniper, aber... Ich kann hier mal... Das, äh... Kann sein. Julian ist bei mir. Hä? No DNA Sample found? Warst du ein normaler Sniper, oder warst du ein HWB? Ich lauf da jetzt nicht wieder zurück. Bestimmte normaler Sniper. Geh weg. Ich geh jetzt weg von der Leiche. David, ist es! Nein, es ist Hoffi, Julian. Ja, hab ich doch gedacht. Hä, du warst das... Junge, ich hab so safe gedacht, du bist es! Ach, scheiße. Traitor hat richtig Arbeit erleichtert. Achso, ja, es sind Leon und Ditzhundert. Hä? Och man, ich dachte ein Schuss und dann ist gut, Hoffi. Ich dachte, du wärst ein bisschen besser im Combat. Ich war das, der dich umgebracht hat. Ja, ich weiß. Julien, wie lange brauchst du, um dich zu bemerken? Achso, achso! Achso! Sorry, Hoffi, ich dachte echt, du bist es. Ach, Julien. Ich hab dreimal auf dich geschossen, du hast mich nicht bemerkt. Sorry, Hoffi. Alles gut. Ich hab übelst verzogen, bitte. Ja, ja. Ich... Und wer hat David umgebracht? Also, Leon war's nicht? Ah, okay. Digga, weil... Ich hab das Fenster... Nummer zwei ein bisschen, das Holzmacher ist. Ja, ich hab das nicht. Ich habe das kein Problem. Ich habe das Pelosi aufgebaut. Ich habe das ein bisschen Feuer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017